Wenn einer, wenn einer abfallert wird. Die ist zum Beispiel. Ja, das muss ich mir auch reichen, wenn sie stirbt. Ich glaube, ich stirb auch schneller als mit den beiden, weil ich bin schon rot. Ich meine, sie ist auch schon rot, die Eule. Aber sie heilt sich gerade. Okay, dann stirbt. Boah, sie heilt mich die ganze Zeit. Also sie holt mich für mich zurück. Aber jetzt bin ich weiß, also rot, also... So, jetzt wird's noch. Danke. Bist du tot? Ja. Wenn jetzt Zombies kommen, bin ich tot. Ja, wenn jetzt Zombies kommen, bist du tot. Außer die zwei Helden hier, wenn du nicht kannst. Darf ich dir noch aufhelfen? Ich weiß ja nicht. Ähm... Warte, ja. Ja. Warte, lass ihn liegen jetzt. Komm auf, lass ihn liegen jetzt. Komm auf, lass ihn liegen jetzt. Da kommt ein Charger, mach dich. Ich wollte gerade ändern, in Schwierigkeiten gerade, aber... Es ging nicht. Man, I hate them things. Ich bin okay. Ich bin fast. Ich bin fast. Ich bin fast. Ich bin fast. Ich muss gerade nachlaufen. Er lebt noch. Was? Er lebt noch. Rüzi, ich bin gerade alle am Fern. Ich auch. Ja, das macht sie ganz toll. Haben wir noch ein paar Defis? Nein, leider nicht. Ich hatte nur den einen. Aber wir haben Medis. Medis? Ich hab kein Medis. Da liegen nur viele am Boden, wie nur irgendeins. Da drin liegt eins am tiefen. Da ist auch noch eins. Ich wollte Stahle übrigens einen umbringen. Jetzt kannst du deine Bescheidere Shotgun nehmen, du Gehirf. Nein, wir liegen sicher nicht. Ja, aber Nutella mit. Yay. Ich hab's euch gefallen. Zwei mit atletischem Schuss geheilt, ja. Jetzt dürften mir normalerweise schon mal weniger fehlen als dir. Also das Video kommt sicher nicht in Youtube. Guck nicht. Weil man da genau sieht, wie Noobs arbeiten. Ich kann die Noobs sehen. Genau so. Nutella. Was machst du? Ich bin von ihm. Ich sehe ihn. Ich hab ihn gut gemacht. Was machen die da? Party. Die machen. Party. Wir machen Harlem Shake, wie das ausschaut. Weil genau so schaut Harlem Shake aus. Find ich ja auch nicht. So wär der jetzt wie immer dumm. Ja, das, das. Jetzt nicht. Nein. Nein. Die verfolgt irgendwie die Bad Bombs. Was? Ich verfolge die Bad Bombs? Welche Bad Bombs? Was machen die da? Die machen Party her. Ich weiß nicht, ich schmeiße ihn in einen Nutella hin, damit wir es vermessen haben. Warum? Wir sind gestanden zu sehen. Ja, sie sind gestanden. Wir haben nur Glück. Ich glaub, die Map hat auch ein paar Leute. Wir haben Party gemacht. Du fahrt wie hart. Das war ein Flash Mob. Da ist ein Hummer. Nicht mehr. Okay. Die Rettung. Das wäre interessant. Wir sind eh zu zweit. Da fliegt die Denise um. Eine Räuerbombe. Lalo. Hast du Angst? Du bist zu leise. Warum hab ich Angst? Ja, ich hab den Diffi. Gehen wir's retten? Okay. Gehen wir. Boah. Achso, nein. Jetzt dachte ich, da liegt den Cardano. Aber es war nur einer, gell? Mhm. Aber dann kriegst du immer die Errungenschaften. Egal. Weil ich's hab, kannst du's eh du haben. Egal. Da ist auf jeden Fall ein Job. Ich wär gut. Woah. Entschuldigung. Da ist ein Hunter. Ist also first. Da ist er. Das war so klar, dass du das nicht schaffst. Was denn? Hörst, schieß mich nicht auf. Du Bähner, Alter. Du Bähmer. Du Bähmer. Du Bähmer. Da sind spawnen die irgendwo. Ich weiß ja nicht, wo die tot waren. Da sind die noch. Wunderlich. Links da. Du musst grad nachladen. Oh, Babygirl. Das auch mit ihm sagt er. So. Hier we go. Warum hast du eigentlich? Nein, ich sag's nicht. Warum hast du ihn gerettet? Warum wolltest du nicht, dass ich ihn rette? Äh, ich weiß nicht. Ah, du wolltest, dass ich sie rette, weil du auf sie stehst. Sowieso. Na hallo. Du bist ein Wahnsinn, Alter. Aber ich steh nicht so auf Frauen, weißt du. Ich steh mehr auf Männern. Ich steh mehr auf Männern. Ich steh mehr auf Männern. Ja. Ja. Aber. Das hat auch mehr gelegt woanders, ne? Männer haben mehr in der Hose als Frauen. Wie hast du gesagt? Ich hab was in der Hose für dich. Ich hab was in der Hose. Und der überhaupt nicht, Mensch. Aber man sei vorbar. Der muss was in der Hose rum, oder? Jetzt ist der schon wieder da. Wie oft kommt der noch? Es geht doch nicht kaputt, auch wenn du es anlangst. Ich hab was in der Hose für dich. Du hast dir meine genommen und ich hab dir deine gegeben. Du bist dein Fetzen. Egal, da drin liegt eine. Du bist deine Hose. Du bist die Hose. Erst jetzt nimmts mal! Du Arschloch! Mach das? Ich wollte den haben. Du bist schlecht. Geh scheiße. Du kannst dich. Ich hab's nicht gesehen. 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 Dann hab's nicht gesehen. Und ich hab's nicht gesehen. Da ist irgendwo ein Strecke. Er ist da herringen. Aber ich will die andere haben. Da! Obala, bist du! Wollen wir das jetzt noch einmal? Ich glaube einfach, dass die Map hier aussehen ist und fertig ist, weil die noch nicht fertig ist. Ich glaube das auch. Wir können ja noch ein paar Mal hin und her rennen. Kommt nicht. Ich weiß nicht, ich höre nur. Kommst du mal her? Ja, warum? Schau mal, ich habe die Tür aufgemacht auf der anderen Seite. Cool. Geh mal durch. Nein, kann nicht, da ist schwarz. Okay. Bin ich gefordert, ich wollte, dass du schließt. Im Moment bist du noch nicht fertig. Ich kann nicht, das ist einfach eine unsichtbare Wand, da ist noch nichts. Ja, aber jetzt mach da nicht einmal laden, schau. Wir haben es kaputt gemacht. Da ist ein Hunter. Hallo. Kommt nicht, wir machen noch ein bisschen Special Zombies kaputt, oder? Okay. Dann kriegen wir wenigstens so gescheitere Dinge hinzu. Ja, aber auch. Nur wenn wir scharfen würden. Ja, wir wären eh nicht fertig. Oh mein Mensch. Das ist scheiße, wenn du es nicht fertig bist. Dann müssen wir auch andere spielen. Das geht nicht. Ich heil mich. Okay. Also dieses Level schaffen wir hundertprozentig auf Experte, ja? Würde ich mal sagen. Nein, weil wir uns nicht so zu wappeln haben. Ja, da kommen sicher noch Zombies. Dämlich. Aua. Das ist sehr nett von dir. Ich nehm. Oh, excuse me! Excuse me! Excuse me! Sag mal! Die sind mega! Wo bist du jetzt? Warte, wie ist die Seele den Kopf? So, jetzt lasst wir ihn liegen und lasst mir alles alleine machen, machen wir die Tür noch auf. Help. Wie es so geil ausschaut, wenn irgendjemand jetzt hilft. Hilf ihm nicht! Ah, mich hat ein Schnecker! Ja, da ist ein bisschen weg. Er ist schuld, dass wir nicht weiterkommen. Warum ist er schön? So halt. Aha, klar. Und der ist echt tot. Okay. Leider hat er nicht überlebt. Bei mir schaut er wenigstens gut aus. Warte, ich mach einen Screenshots für dich. Okay. Weil der gefällt dir vielleicht sogar. Ich mein, ich weiß nicht, ob du so... Na toll. Mach dich kaputt in dein Gesicht, Alter. In dein Gesicht mach ich dich kaputt, Alter. 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 Du schießt mich einmal ab. Ich bin Worte. Ja, das ist Strobinger. Ich schieß dich mit einem Granatenwerfer ab und du stirbst mich. Jetzt weißt du, warum die Witch tot ist beim Dingens, beim Strobinger. Kann ich dich auch kaputt machen? Ja, kannst du. Mit meiner Meinung. 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 Du bist tot? Nein, nein, das schaut nur so aus. Ich klitschige wie aus der Wand raus. Das schaut interessant aus. Ja, leider ist mein Psyche rot und jetzt lebt nur noch die Olde. Und jetzt schmeißen wir die Olde aus. Die Umfrage starten. Haha, du bist die Achse, Herr. Stefan ist halt so wohl bei dir. Einfach gleich rausgebähnt. Und dass nie wieder ins Spiel kommt. Ja, meine Waffen fladern, genau. Scheiß Leichenschänder. Schau, wie schön ich Party mache. Wunderhübsch. Braak, dass du so umschleidert. Vielleicht müssten wir wieder zurück in die andere Richtung. Wo müssen wir hin? Ich hab... Alter, was machst du? Ich hab die Tür zugemacht. Okay. Ich weiß nicht wie. Ja, vorher ging es nicht. Was zur Hölle? Ich hab die Tür zu. Ja, aber deswegen ist es auch nicht besser. Weil die Map nicht weiter geht. Sie sind tot. Rechts und naht. Das ist ein... Herrlich. Ich hör auf jeden Fall jede Menge Zombies irgendwie so. Aber jetzt glaub ich... Aber jetzt glaub ich... Ist dasselbe wie vorher mit Standbild, oder? Ja. Bin low. Ich hab sogar Speedshot gemacht. Also diese Map würd ich niemandem empfehlen. Nicht scheifeln. Ja, die andere hat gar nicht funktioniert. Aber ich kann die andere ja noch einmal probieren. Aber die wirst du nicht runterladen können, so schnell wird's. Ich glaub ich hab... Aber ich hab noch ein paar. Ich glaub ich hab Fraps jetzt nicht beendet. Dann 2... Ich weiß nicht, mein Kopierter, egal. Ich hab dich auf au strat, aber ich hab mich auf. Bedingt die Elf WiFi-Reraum-Reraum-Reraum-Reraum. Ich werd mich an das hervorragende Kräumstoffeangen. Dann bin ich, wenn ich mich an dieses aircraft verfl ghoff. Dann Verizon hat das Amthai没事 verswarge nach Viscy. Und dann Acfield. Ich hab vor mir, Und da habe ich auf welche Sache.